Guten Morgen mit Euro, US-Dollar, Austral-Dollar, Kandollar und US-Dollar, japanischen Yen. Das die drei Ideen für den heutigen Morgen hier mit Tickmüll und dem Blick in die FX-Märkte hinein. Allen Live-Zuschauerinnen und Zuschauern sei wie immer gesagt, gerne Fragen direkt in die Chats. Und bevor wir jetzt in die Handelsideen hineingehen, wie immer der obligatorische Risikohinweis. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Das bitte ich hier, wie abgebildet, in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Und damit halten wir uns hier nicht lange auf, sondern gehen auf die Nachrichtenseite. Gestern war schon nicht ganz so viel los. Heute, naja, es geht so. Wir schauen gleich einmal hier noch in die Zahlen rein. Wir sehen es. Wir haben um 8 Uhr hier bei uns in Deutschland das Konsumklimaindex oder den Konsumklimaindex bekommen. Wir hatten hier eine Prognose von 10,4. Das entsprach mehr oder weniger genau dem des Vormonats. Aktuell der Markt leicht enttäuschende Daten. Hier ein Wert von 10,1. Das haben wir heute Morgen sozusagen schon aus, ja, hier den deutschen Nachrichten bekommen. 16 Uhr gibt es dann das Conference Board Verbraucherverbrauchung aus den USA. USA hat ja gestern den Feiertag. Dann haben wir heute Morgen ein paar Nachrichten aus Großbritannien gekriegt. Das hat nicht wirklich für Bewegungen gesorgt. Also heute hier mit Blick auf die großen Nachrichten aus Deutschland, Europa, USA und Großbritannien. Mit China ist nichts zu holen. So viel ist da nicht. Das heißt, der Markt, der Handel läuft seine ganz normalen, ruhigen Bahnen. Das heißt, geplant ist hier an dieser Stelle jetzt nichts. Von der Seite her schauen wir einfach mal, was die Chart hier machen. Zuvor erst einmal danke für die lieben guten Morgengrüße, Elena, Olaf, Dursten, Sascha, Raffik. Einen schönen Dank dafür und selbstverständlich auch einen schönen guten Morgen. Ich freue mich immer, wenn Sie hier oder ihr an Morgens immer reinschaut in die Handelsideen und euch die Zeit nehmt. Es sind wirklich richtig, richtig gute Sachen, die wir hier morgens immer besprechen. Ich kann mal hier wieder auch noch ein Beispiel bringen, bevor wir in die Charts reingehen. Wir hatten es gehabt hier beispielsweise vor kurzem in den Bundesschätzen. Schaut es euch an. Naja, der Chart ist nicht so schick jetzt hier an dieser Stelle. Aber nichtsdestotrotz, wo hatten wir den Einstieg? Schaut es, wir hatten uns das Ganze hier unten angeschaut mit dem Umkehrsignal. Jetzt läuft der Markt schön wie geschnürt am Schnürchen nach oben in den Widerstand rein. Das gleiche Spiel hier im Buchsel. Es ist einfach genial, wenn man die Märkte richtig liest. Wir haben es gehabt mehrfach. Ich sage es immer wieder, man muss nicht nur den Euro und den DAX traden. Kann man natürlich. Aber wir haben so viele Sachen, um uns hier auszuspielen. Schaut es euch hier im Buchsel an, die Langzinsen. Wir haben es gehabt hier unten den ersten Trade raus. Also den ersten Schub hat man natürlich hier hoch getradet. Hier oben das Umkehrsignal war hervorragend nach unten zu traden. Hier kamen wieder schön die Longsignale und hier schon wieder raus aus der Korrektur. Ich habe es hier markiert, das Level oben rein. Und wo stehen wir jetzt? Schon wieder am Hoch dort oben. Es ist einfach herrlich, was die Märkte uns hier zeigen. Wir müssen es einfach nur umsetzen. Das heißt, richtig lesen und verstehen und dann die eigenen Strategien darauf treten. Deswegen machen wir das hier morgens. Und da kann jeder sich ordentlich ein Stück vom Kuchen abschneiden. Und mit einem hervorragenden Broker, wie es Tickmill ist, sogar nach zu Top-Konditionen und wirklich hervorragender Liquidität. So, jetzt kommen wir aber zurück zu unseren Handelsideen für den heutigen Morgen. Ich würde vorschlagen, wir fangen hier mal mit einem Blick in Australdollar, kanadischen Dollar mit an. Wir sehen es, der Chart hier in der Zeiteinheit Tag hat uns einen Abwärtstrend beschert. Wo steht der Abwärtstrend momentan in seiner Verordnung? Wir sehen es hier in der Korrektur hier, dass die letzte Bewegung. Wir sind mittlerweile in die 50%-Marke hineingelaufen. Hier unten schön am Langzeitsupport sind wir rumgedreht. Das ist übrigens auch eine sehr, sehr schöne Geschichte hier an dieser Stelle, wenn man sich solche längerfristigen Supports mal anschaut. Hier, das sind so Punkte, da dreht der Markt öfter mal um. Da kann man, sagen wir mal, wenn man einen Trade schon am Laufen hat, das sind so Punkte, wo man gut und gerne mal planen kann, dass es dort die Gegenbewegung geben könnte. Wenn es der Markt uns dann spielt, sieht man das Ganze halt dann entsprechend auch in der Umkehr. Und genau das haben wir ja hier vor ein paar Tagen gesehen, als der Markt unten angekommen ist. Hier hat er das Trendtief bei 0,91,993. Genau in diesem Bereich gemacht. Das wird selten eine genaue Punktlandung. Aber so grob hier über den Daumen ist das schon ein gutes Richtmaß. So, jetzt haben wir hier Korrektur am Laufen. Was kann weitergehen? Wir haben es gestern gesehen. Der Markt ist erst einmal reingelaufen hier mit dem Hoch bei 0,93,233 in dieses leichte Widerstandslevel, was wir hier haben. Das war eine Marke, die hat der Markt hier in diesem Schub rausgenommen. Schauen wir jetzt nach oben. Sollte sich das Ganze nach oben weiterhin fortsetzen? Da gucken wir nachher auch mal in der Stunde, da haben wir in der Stunde ja selbstverständlich noch ein paar Level oben drauf liegen, die wir im Sinne der regressiven Phase aktuell nach oben hin selbstverständlich auch mit anlaufen können. Aber eine Sache müssen wir beachten. Gestern hat der Markt uns hier ein Umkehrsignal geliefert. Heute stehen wir tiefer. Muss man sehen, wir kommen sozusagen raus, jetzt drauf rein in die Korrektur. Und das ist jetzt das Spannende. Wenn der Markt Stärke gewinnt, sehen wir das sehr, sehr schön im Stundentrend, dann sagen wir, dass gestern das Signal war ein Fake, läuft weiter nach oben. Heißt also, wir haben ja noch gar keine Bestätigung. Das ist ja das Schöne. Wir kriegen hier so ein Signal und warten erst einmal auf die Bestätigung, dass der Markt auch wirklich in die Richtung will. Wenn das nicht tut, brauchen wir noch nichts zu machen. Heißt also, wenn das nicht tut, sprechen wir über eine Regressionsausdehnung und da sind die Level nach oben gegeben. Und was nach oben und nach unten geht, das schauen wir uns jetzt mal im Stundenschart an. Das lässt sich ja in diesem Schart immer sehr, sehr schön mit planen, mit Blick nach unten. Wenn wir sozusagen hier innerhalb des laufenden Aufwärtstrends, also dieser hier läuft ja noch, ist ja noch nichts gebrochen. Hier hat sich untergeordnet, zwar erst einmal ein Abwärtstrend gebildet und der Bewegungstrend hier ist auch rausgenommen worden. Aber der Rest ist ja noch intakt, aber, und das ist jetzt der Punkt, wenn der Markt wirklich weiter runterläuft, dann haben wir halt die Gefahr, dass wir tiefer laufen. Und wenn wir hier an dieser Stelle sehen, hier, das ist jetzt mal der laufende Stundentrend, also der wirklich aktuell laufende Stundentrend. Und das ist halt aktuell ein Abwärtstrend. Der hat die Bewegung hier, diesen Trend hat er rausgenommen. Also das ist die kleinste Trendgröße, die wir hier im Stundentrend sehen. Und wenn der sich fortsetzt, wenn wir hier die Umkehrsignale sehen, dass sie kommen, dann haben wir halt die Chance, hier erst einmal in das Tief reinzulaufen. Das ist hier die Marke um die 0,92, 900 und das Ganze dann selbstredend nach unten fortzusetzen. Anlaufpunkt hier mit Blick auf diesen laufenden Stundentrend wäre dann hier unten das Level bei 0,92, 7,33. Gefolgt von weiter runter, nächstes Korrektortief hier, die 0,92, 3,32, bevor wir dann wieder unten am Support stehen. Das also hier an dieser Stelle. Also das geht nach unten und wie schaut es nach oben aus? Da zoomen wir mal ganz kurz rein. Wenn wir nämlich sehen, dass das hier nur die korrektive Phase war, das heißt hier nur kurzer Bruch vom Bewegungstrend und der Markt wieder rumdreht, dann haben wir halt Chancen nach oben zu laufen. Was sind es für Marker, die wir uns hier anschauen? Da gibt es immer wieder, sage ich mal, die Korrektur Hochs im Abwärtstrend. Das wären hier oben die Marken bei 0,93, 7,25 beziehungsweise hier in diesem Bereich die 0,93, 3, 4, 6. Und dann haben wir hier noch so einen Zwischenstau-Bereich, wo der Markt hier mal den Trend fortgesetzt hat, aber sich erst nicht so richtig lösen konnte. Zwischendrin die 0,93, 4, 9, 9, 0,93, 5. So in diesem Drehrum. Das an dieser Stelle hier mit Blick in den Austral-Dollar-Kan-Dollar. Also der große Chart übergeordnet. Der ist selbstredend abwärts gerichtet. Was wir hier momentan sehen, ist die Korrektur und je nachdem, wie sich das Ganze hier an dieser Stelle anlässt, können wir Chancen wahren, das Ganze frühzeitig nach unten zu traden oder aber der Markt dreht wieder hoch, dreht auf, die Bullen kommen rein und dann läuft es hier weiter in die Korrektur hinein. Rafik Euro-britisches Pfund kommt in Kürze. Wir machen weiter mit dem US-Dollar, japanischen Yen. Und auch spannend, was hier zu sehen ist. Wir hatten vor ein paar Tagen drüber gesprochen, dass sich hier im Chart mit guter Wahrscheinlichkeit eine sogenannte Bärenflagge ausbildet. Wie bin ich auf diese Idee gekommen? Schaut es euch an. Hier nochmal die Herleitung. Das hier war die brechende Bewegung. Die hat alles rausgenommen, was hier war. Den kleinen Aufwärtstrand weg. Das größere Bild nach unten weg. Wo laufen wir jetzt hin? Wenn sich ein Abwärtstrand bildet, haben wir gute Chancen, hier runter zu laufen. Ob es soweit kommt, ich habe keine Ahnung. Wir wissen ja nicht, was passiert. Nur wir sehen es bei einigen dieser Währungen, die auch diesen, man sagt es gerne, diesen Flash-Crash im Januar gehabt haben. Da nähern sich die Kurse mittlerweile wieder diesen tiefen Jahreskursen an. Die Chance haben wir hier natürlich auch. Und jetzt haben wir es halt. Der Kurzfrist-Trade hier aus dem Ausbruch, der ist erstmal vorbei. Wir sehen es hier oben, war das Top, hier kam das erste Umkehrsignal und dann hat es den Trend, hier diesen Stundenaufwärtstrand rausgerissen und der Markt läuft nach unten. Jetzt stehen wir hier unten mit dem Tief dieses Rutsches um die Marke von 109,272. So rum fällt der Markt runter. Sehen wir sehr, sehr schnell hier unten die Marke von 109,018. Was das Low an dieser Stelle ist, bricht der Markt. Dann haben wir die genauen Zuschauer oder die Zuschauer, die hier immer zu stehen, wissen, was dann kommt. Dann haben wir hier einen laufenden Abwärtstrend in diesem Bild. Und der hat dann das Potenzial weiter runter zu laufen. Nächster Support hier 108, knapp 5. Danach geht es tiefer. Da ist ein relativ gutes, freies Feld. Hier ist dann nochmal ein Zwischentief um die Marke von 107, knapp 8. Da reden wir dann aber später drüber. Mit Blick hier auf diese Außenkerze, die muss halt erstmal aufgelöst werden. Und wir wissen, dass solche Außenstäbe immer in beide Richtungen aufgelöst werden können. Wie schon gesagt, wenn der in Trendrichtung aufgelöst wird, Trend ist mittlerweile wieder abwärts gerichtet. Blicken wir uns auch gleich nochmal in der Stunde an. Dann sehen wir hier unten diese Marke liegen. Läuft es nach oben, müssen wir schauen, was passiert hier oben am Tageshoch. Für die kurzfristigen Trader kann man hier schön ein Range Trading machen von den Extremen zur Mitte und zurück. Das sind die wichtigen Punkte hier an dieser Stelle. Das sehen wir auch gut im Stundenchart. Da zoome ich mal ganz kurz etwas hier zusammen. Und da sehen wir hier oben, da hat sich das Kleine nach unten gearbeitet und hat schön den Schub nach unten rausgenommen. Und das ist das, was wir hier immer wieder sehen. Wir sehen hier aktuell den laufenden Abwärtstrend und wenn wir hier oben raus wirklich laufen und das Ganze nach unten fortsetzen. Das wäre dann das Szenario, den Weg nach unten zu traden. Hier haben wir aktuell das Tief des laufenden Trends. Hier ein Stück weit tiefer haben wir auch einen Punkt, den der Markt schon mal angetestet hat, wo dann stärker reingekommen ist. Möglicherweise auch Anlaufpunkte und dann, wie schon gesagt, hier der Support, der uns dann, wenn er gebrochen wird, die Chance gibt, deutlich nach unten den Markt zu traden. Also, das ist die Idee heute im US-Dollar, Yen und dann noch rüber in den Euro-Dollar. Das selbstredend auch wieder schön im Tagesschart. Der Markt hat uns hier gestern gezeigt, es könnte durchaus sein, dass wir jetzt wieder in die Bewegung laufen. Was heißt, wenn wir auf diesen Chart schauen, in die Bewegung laufen? Den Markt nach unten zu nehmen. Das ist das, was uns der Markt hier gestern erstmals wieder gezeigt hat. Der Dollar, Euro-Dollar, der macht ja gerne mal nach oben und unten, aber wir sehen halt hier, der Euro-US-Dollar ist im großen übergeordneten Bild weiterhin noch short. Wir sehen das hier. Ich habe hier mal die ganzen Zeichnungen von mir drinnen gelassen. Das hat einen Grund und zwar, wenn wir uns das Gesamtbild mal anschauen, hier im Großen, wir sehen, wir haben, wenn man das mal auf Monatsbasis oder auch auf Wochenbasis anschaut, wir haben hier ganz klar einen abwärtsgerichteten Markt. Hier das Blaue, was ich eingezeichnet habe, das sind halt die unterschiedlichen Trendgrößen und das sind halt auch in Summe unterschiedliche Zeiteinheiten. Wie lange das schon dauert, wenn man sich mal diesen langen Trend hier anschaut, wir sind ja von hier oben gekommen bei 1,26, wie lange der Markt hier schon nach unten trendet, das ist halt definitiv eine Geschichte auf Monatsbasis. Das ist wieder sozusagen hier an dieser Stelle auch hervorragend dazu geeignet, den Markt nach unten zu traden und die Signale auch in dieser Art und Weise von der Verortung her zu strukturieren. Für den kurzfristigen Trader ist dieser Blick nicht ganz so wichtig, weil wir sind ja hier häufig in den kleineren Zeiteinheiten mit drinnen und das sehen wir hier an dieser Stelle, was uns da der Tagesschart oder der Stundenschart beispielsweise bietet. Und hier mit Blick auf gestern, wir haben gesagt, haben wir das Umkehrsignal. Heute ist der Markt schon mal in die Bestätigung reingelaufen. Nächster Anlaufpunkt nach unten wäre dieses Tief hier unten bei 1,11713 und dann haben wir hier den Weg schon wieder relativ frei auf das aktuelle Jahrestief um die Marke von 1,11071. Mit Blick nach oben, da schauen wir jetzt auch gleich mal noch in die Stunde mit hinein, da sehen wir, dass der Markt uns hier nach oben auch natürlich noch ein paar Anlauflinien gibt. Heißt also hier, hier ist der Markt ja nach dem Spike nach oben schön wieder nach unten getrenntet, das sehen wir ja. Und wenn wir jetzt nach oben blicken, wo sind da Anlaufmarker, sollte der Markt doch das Ganze nicht rausnehmen, dann die Oberseite wieder anlaufen wollen, dann haben wir selbstverständlich erst einmal hier das Tageshoch von gestern um die 1,12151. Nächster Swing High hier in diesem Abwärtstrend, also das Korrekturhoch, haben wir liegen bei 1,12244 und dann haben wir hier oben noch liegen 1,12439. Warum gucke ich hier drauf? Wir wissen ja, der Dollar, Euro-Dollar, der macht immer mal ein bisschen hin und her. Und da kann man solche Marker natürlich immer sehr, sehr schön nutzen, bis der Markt dann irgendwann mal wieder eine schöne, vernünftige Richtung gefunden hat, wenn man dann das Ganze nach unten sieht. Da haben wir halt solche Sachen hier, wo man dann schön aus den Korrekturen nach unten traden kann. Und da ist der Euro-Dollar gerade auch dabei, das Ganze hier zu machen. Wir sehen es hier, die Verläufe, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Jetzt stehen wir hier wieder in der Bewegung. Das sind doch die schönen, ruhigen, entspannten Momente, auf die wir einfach nur warten müssen, um dann den Markt hier nach unten auch zu traden. Schauen wir mal, was kommt, was für mich jetzt an dieser Stelle interessant wäre, um das Schutzszenario reinzutraden, wäre wirklich, dass wir hier oben rumkommen und dann wieder nach unten rumdrehen. Das heißt, weiter in die untere Richtung laufen. Da möchte ich erst eine Bestätigung haben. Und das heißt, ich warte jetzt hier an dieser Stelle ab, wie der Markt sich jetzt entscheidet. Wenn er tiefer läuft, das Level hier unten rausnimmt, ist das definitiv die Bestätigung vom gestrigen Umkehrsignal. Ansonsten sieht die Richtung erst einmal kurzfristig nach oben mit aus. Und damit gehen wir noch in den Wunschmarkt von heute rein. Euro-britisches Fund. Schauen wir uns auch erst einmal im Tageschart hier mit an. So, Euro-britisches Fund, da hat er in letzter Zeit gut zugelegt. Und wir haben hier, ich habe es ja beschrieben, innerhalb dieses Support, nein, dieses Resistance Levels hier oben, um das Trend hoch hier bei 0,88399. Da haben wir ja so ein bisschen, sage ich mal, eine Signallage bekommen, wo wir sehen, der Markt wird hier schwach. Der fängt an, schwächer zu trendieren. Nur ist beim Euro-britischen Fund eine Geschichte immer ein bisschen, immer im Auge zu behalten. Und zwar, das ist jetzt das Thema Brexit. Theresa May tritt ab, wer wird der Nachfolger? Wie geht der Nachfolger weiter vor? Das heißt, wenn es beispielsweise ein Hardliner ist, da steigt das Risiko, dass wir beispielsweise einen ungeordneten Brexit bekommen, wieder an. Also all diese Dinge fließen dann natürlich Markt, Nachrichten getrieben oder Nachrichten getrieben in den Markt und das bewegt dann die Kurse. Also dieser massive Schub, den wir hier schön miteinander in der Sitzung hier schon öfter besprochen hatten, der hat natürlich auch Nachrichten getrieben, einiges nach oben geschoben. Und jetzt kommt es hier drauf an, was passiert. Es ist aktuell noch so ein bisschen hin und her. Wir haben hier drüben eine Kerze, wo wir einfach mal drüber gelaufen sind. Dann kam jetzt die Schwäche rein. Schaut man sich das Ganze mal im Stundentrend an, wird das Ganze besser ersichtlich. Das heißt, an dieser Stelle, was haben wir hier? Da muss ich den Markt mal etwas kleiner zoomen. Also aus rein technischer Sicht ist hier Folgendes passiert. Wir haben jetzt hier schön den Trend nach oben mit am Laufen. Wenn wir uns das Ganze mal rein aus der Trendtechnik anschauen, war hier das Korrektur-Tief, das Letzte. Dann hatten wir hier den neuen Schub oben rein. So und jetzt wird es spannend. Wir haben noch keinen Abwärtstrend. Wir haben zwar die Signallage, dass wir möglicherweise nach unten laufen könnten. Die Indikationen dafür sind schon da. Aber es ist noch nichts bestätigt. Was brauchen wir für die Bestätigung, damit wir sehen, der Markt trendet nach unten? Richtig, wir brauchen einen Abwärtstrend. Heißt also, das was wir hier gesehen haben, ist bis jetzt nur Korrektur. Er hat ja hier unten um das Tief bei 0,87,917 wieder rumgedreht. Das heißt, wir sind jetzt hier wieder gegengelaufen. Was wir für eine Bestätigung bräuchten, wäre dann sozusagen hier den Markt wirklich runterzunehmen. Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, das geübte Auge, das lernt sowas immer schön zu lesen. Wir haben jetzt hier in der Stunde wieder mal eine Art Schulter-Kopf-Schulter mit der Nackenlinie hier unten. Wir haben ja beim Öl gesehen, was daraus werden kann. Es muss aber erst bestätigt werden. Das Kleine, was bei einer SKS immer ein bisschen tricky ist, ist, dass man das Ende erst immer dann sieht, wenn die zweite Schulter entstehen kann oder in Entstehung ist. Dann sieht man es, weil bis dahin ist im Aufwärtstrend oft, nicht immer, aber oft alles noch total in Ordnung. Ja, heißt also an dieser Stelle, die Neckline hier bei 0,87,9, die ist wichtig. Wenn wir hier runterlaufen, dann haben wir in der Stunde schöne Schulter-Kopf-Schulter und die kann dann natürlich hier die Gegenbewegung initiieren und den Schub nach unten geben. Und wenn wir dann mal schauen, was an Levels hier im Markt liegt, wo wir ranlaufen können, dann haben wir es hier unten. Nächster Anlaufpunkt wäre dann hier in diesem Bereich auf alle Fälle mal die 0,87,227. Da haben wir eine Unterstützung, die auch eine gewisse Marktrelevanz hat, die auch aus dem Tagesschat heraus zu sehen ist. Das heißt, das ist ja hier dieses Level, wo wir den Abwärtstrend, hier das letzte Korrekturhoch in diesem Abwärtstrend rausgenommen hatten. Also technisch gesehen ist es natürlich das hier oben, weil hier sind wir angefangen hochzulaufen, aber wir haben eine wichtige Marke rausgenommen. Und das ist natürlich ein guter Testbereich. Wir schauen, wie es wird. Aber auf alle Fälle, hier ist es spannend, was passieren wird. Wir müssen jetzt wirklich einfach nur warten, ob der Markt die SKS in der Stunde rausnimmt. Also Gottes Willen, auf Tagesbasis haben wir keine SKS. Das möchte ich an dieser Stelle auch mal noch sagen. Aber wenn es die SKS der Stunde ist, dann haben wir hier mit Blick, mit dem großen Blick hier, wenn wir uns das mal anschauen, was ist das, was wir hier haben? Wenn wir nicht tatsächlich hier drüber laufen, sondern wieder rumdrehen sollten, dann hätten wir eine tiefe Korrektur, die uns dann weit nach unten führen kann. Also wir sehen es auch hier wieder in diesem Markt. Viele Chancen, die wir als Trader haben, wir können sie gut nutzen. Ich schaue in den Chat, Fragen aktuell keine da. Das heißt wieder, danke für die Zeit, einen Top-Start in den Handel. In 8 Minuten geht es los. Wir hören, lesen und sehen uns morgen wieder. 8.30 Uhr heute, nein, morgen dann wie immer. Morgen übrigens mein letzter, ja sag ich mal, Blick in die Märkte für diese Woche. Wir haben ja am Donnerstag hier Christi Himmelfahrt und da bin ich immer unterwegs, sodass ich am Freitag einfach die Märkte mal Märkte sein lasse. Wir sehen uns dann nächste Woche Montag wieder, ganz normal. Aber zuvor machen wir morgen erst nochmal den Blick in die Märkte. Es ist nämlich wirklich spannend. In diesem Sinne, bis morgen. Tschüss.